Hi und herzlich willkommen zu einem Video auf dem Kanal Plakos, ich bin Robert und werde euch heute mal etwas über den Sporttest bei der Polizei Berlin bzw. auch bei den anderen Bundesländern erzählen, welche Unterschiede gibt es da, was ist dort zu beachten und so weiter und so fort. Grundlegend möchte ich erstmal sagen, dass wenn ihr sportlich nicht so krass fit seid und unbedingt zur Polizei wollt, ist das eigentlich erstens keine gute Idee und zweitens dann solltet ihr euch in Berlin bewerben, weil der Sporttest in Berlin echt ein Witz ist. Aber dazu komme ich gleich. Also erstmal in anderen Bundesländern ist der Sporttest viel schwieriger, ich nehme es jetzt hier am Beispiel Brandenburg, also Brandenburg steht für mich dann auch so für die anderen Bundesländer so ein bisschen, weil das da relativ ähnlich ist. Ich kann auch nochmal Hamburg dann kurz erwähnen, aber ja, also in Brandenburg ist es so, dass man einmal einen Körperkraftteil hat, da muss man hier Männer bis 29 Jahre 20 Liegestütz machen, Unterarmstütz, bei Frauen 10, Unterarmstütz muss man machen, Männer müssen da 70 machen, Frauen 50, Medizinball stoßen und Bank drücken, bei Männern mit 50 Kilogramm, bei Frauen 25 Kilogramm, Frauen 30 Wiederholungen, Männer bis 29 auch 30 Wiederholungen. Dann hat man Flexibilität und Schnelligkeit, dort muss man einen Schlussweitsprünge, Wandsitztest, Seilspringen und Kastenbummerang-Tests machen, ich habe das alles nicht gemacht, ich habe mich in Berlin beworben, das ist jetzt Brandenburg. Dann muss man noch Reckhüftaufzug, Kopfstand mit gestreckter Haltung, Seilhochklettern, Balanceübung mit Ball und dann noch einen Ausdauerlauf von 2000 bis 2400, 500 Metern machen. Dann hat man noch Schwimmen und einen Körpereigenungstest, Schwimmen muss man einfach das Abzeichen Silber dann dort bei der Polizei abgeben und das steht auch so für die anderen Bundesländer, also da muss man auch sehr viele Körperkraftübungen machen und in Hamburg musst du so unter Kästen durch, in einer bestimmten Zeit so eine Art Parcours machen. Dieser Körperkraft, Flexibilität, hier Liegestütze und Bankdrücken, das musst du in einer Bundesländer machen, in Berlin musst du das nicht machen, das haben sie irgendwann mal runtergestuft. Dort ist es so, dass du einen Parcours hast, da musst du einmal über einen Bock springen, seitlich, dann hast du hier an der Seite, ich bläde euch dazu ein Bild ein, dann hast du hier an der Seite, wie es auch immer heißt, da musst du dich rüberschwingen, zweimal seitlich, dann geht es weiter, dann musst du zwischen zwei Sachen dich durchschwingen. Das ist ein ganz einfacher Parcours, du darfst vorher auch nochmal üben und du hast auch keine Zeitvorgabe. Also an diesem Parcours, ihr dürft den ein, zweimal durchmachen, lauft euch mal ganz kurz ein, das ist in der Halle und dann macht man den durch, man hat keine Zeitvorgabe, aber mir wurde gesagt, man soll das so machen, als ob man einen Täter verfolgen, wo das heißt, schon schnell, aber wenn es jetzt nicht so krass schnell ist, ist das auch kein Problem. Und ja, dann müsst ihr noch über eine Wand klettern und über einen Bock springen, gerade, Vorwärtsrolle, Rückwärtsrolle, das war es eigentlich. Ja, also ich, bei der einen Sache, wo man sich zwischen den zwei Balken durchhangeln muss, beziehungsweise durchspringen muss. Und dort ist es so, dass viele Mädchen mit ihrem Hinterteil dort hängen geblieben sind, also ihr braucht da schon Kraft in den Arm, um euch da wirklich hochzuziehen und dann da durchzuschwingen. Ja, also da hatten viele wirklich Probleme mit, die Jungs haben es alle geschafft, die Mädchen eher nicht, aber die durften es dann nochmal probieren. Ja, es ist auch so, dass wenn ihr das einmal nicht hinbekommt, dass ihr dann das nochmal probieren dürft. Dann habt ihr einen Lauftest, also da müsst ihr einen Ausdauerlauf machen von 2000 Meter bei Frauen in 9 Minuten 50 oder 11 Minuten 20 waren es, glaube ich. Ich glaube 9 Minuten 50, ich packe es, ich blende es euch aber ein. Und Männer waren das 9 Minuten 20. Es ist draußen auf dem Sportplatz, das ist natürlich blöd, wenn du dich dann am 26. Januar dahin musst, wo es dann schön kalt ist und am besten noch Schnee liegt, hatte ich jetzt nicht, aber es war sehr kalt. Aber es ist besser, als in der Halle zu laufen. Dort ist es so, ja, ihr lauft halt diese 5 Runden, da haben den Sportplatz mit den anderen und ja, ist gut. Wer es nicht schafft, sorry, die Kamera hat ein bisschen gewackelt. Wer das nicht schafft, der hat noch die Möglichkeit, das nochmal zu machen, das ist bei beiden Sachen so. Das heißt, solltet ihr den Parcours nicht schaffen, müsst ihr beim Einstellungsbüro, das ist nur in Berlin der Fall, ne? Dann müsst ihr beim Einstellungsbüro anrufen und dann kriegt ihr mitgeteilt noch einen Termin in den nächsten 2-3 Wochen. Dann müsst ihr nochmal dahin und dürft das nochmal machen. Ja, ihr habt einmal diese Möglichkeit hier in Berlin. Ja, also das heißt, wenn ihr beim Laufen irgendwas hattet und dann nach 4 Runden abbrecht, ja, dann könnt ihr dann anrufen und in 2 Wochen oder 3 Wochen kommt ihr dann nochmal dahin und macht das Ganze nochmal. Und dann habt ihr noch einen Versuch. Ist eigentlich relativ gut, das machen sie aber, denke ich, auch nur, weil sie so viel Personalmangel haben. Ja, ich bin, by the way, auch bei der Polizei Berlin dann ab 3. September. Das heißt, vielleicht sieht man sich ja den einen oder anderen, vielleicht sieht man ja den einen oder anderen hier. Genau, dann macht ihr diesen Sporttest und dann dürft ihr nach Hause gehen. By the way, euch wird gesagt, wenn ihr vom Einstellungstest kommt, dann, wenn ihr den bestanden habt, geht ihr sofort zum Sporttest. Ja, das ist dann Einstellungstest in der Keibelstraße 36 in Berlin. Der Sporttest auf der Polizeiakademie, auf dem Gelände der Polizeiakademie, Charlottenburger Straße 100, ach Gott, lass mich lügen, 22. Ja, dann macht ihr den da und ihr habt zwischendurch, ihr müsst glaube ich, 2 Stunden circa warten. Ja, das heißt, ihr sitzt dann da 2 Stunden in diesem Haus der Polizeiakademie, ja, und da steht dann dran, ja, der Sporttest findet um 15 Uhr irgendwas statt. Finde ich nicht so gut organisiert. Ja, weil ich ja, nach dem Einstellungstest wird euch gesagt, dass ihr euch beeilen sollt, ja, aber ihr habt dann noch 2 Stunden Zeit. Also irgendwie ergibt das in meinen Augen keinen Sinn, aber nur gut. Wie gesagt, der Sporttest hier in Berlin, das ist nichts, den sollte man auch ohne Vorbereitung hinbekommen. Ich rate euch aber nicht, probiert vorher bitte wenigstens das Laufen aus, den Parcours sollte man hinbekommen. Ja, ich bin dort das zweite Mal in meinem Leben über einen Bock gesprungen, ja, also, das wird schon. Ja, also, wie gesagt, in anderen Bundesländern habt ihr noch ganz viel Liegestütze und Medizinballstoßen und Parcours auf Schnelligkeit und sowas alles. Das heißt, in anderen Bundesländern bereitet euch mehr vor. Schaut im Internet nach, wie läuft der Sporttest wo ab. Ihr kriegt nämlich auf jeder Seite von der Polizei, von jedem Bundesland, steht drin, was im Sporttest rankommt. Das heißt, bereitet euch drauf vor. Ich hoffe, ihr macht das auch. Viel Glück, falls ihr das jetzt noch vor euch habt. Und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende oder einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Schaut mal in die Videobeschreibung. Dort ist dann auch ein Online-Kurs von Parcours. Bis dann. Euer Robert. Ciao.